moin moin freunde was geht ja willkommen von meiner terrasse und ich habe gedacht ja wir machen heute mal einen kleinen test ich habe mir nämlich das luftsofa von breeze enjoy gekauft das gibt es bei amazon das könnt ihr jetzt mal hier mal eben sehen was das kostet und ja 26 euro haben wir das bestellt und ich dachte mal wir testen das jetzt zusammen deswegen gibt es ein kleines neues format und das heißt nämlich top oder schrott so die frage ist ist das ding top oder es ist schrott ich tendiere mehr zu top weil so dinge laufen eigentlich ganz gut und ich werde mal gucken ich hoffe man das ist auf jeden fall ein gutes teil und deswegen gehen wir jetzt auf meinen rasen und dann baue ich das nämlich auf jetzt soll man das erst mal öffnen angeblich und dann soll man die mit einfangen und so soll es hundertprozentig sich reinfüllen und aufblasen von allein ein stress beiseite jetzt machen wir es ernsthaft so leute wie ihr seht es haut wirklich hin okay es hat bisschen länger gedauert bis ich geschnallt habe dass man hier den wind nehmen muss es muss gar nicht so viel wind sein hauptsache man dreht das zusammen und dann habt ihr sowas ein geiles teil hier im garten und muss sagen für mich einen daumen nach oben top echt so leute ich will lex hier noch ein bisschen und sag bis denn und schau und